Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal SkorpionPlays. Ihr habt vielleicht schon heute ein Video gesehen und zwar ein Fortnite-Video. Jetzt geht es nochmal weiter. Das letzte Video in der Google Mobile Games Kampagne ist am Start. Also ich habe mal wieder meinen Google Pixel 2, was ich bekommen habe, am Start. Die Google Play Kampagne geht es in die letzte Runde und ich habe mir gedacht, für die letzte Runde habe ich eine ganz coole Idee. Stimmt auf jeden Fall mal ab, ob ihr in den Kommentaren, ob ihr mehr Mobile Gaming an sich feiern wird, auf YouTube oder von mir oder je nachdem. Auf jeden Fall mal in die Kommentare dazu und ja Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt mal ganz easy XP ein Video. Das habe ich nämlich bei Sony gesehen, die hat das auch in der Kampagne gemacht und ich fand das ziemlich cool und deswegen mache ich das jetzt auch. Okay und zwar habe ich Bock auf den Akinator und ich will was ganz besonderes rausfinden. Ich will wissen, ob der Akinator zufällig auch SkorpionPlays kennt, Leute. Weil das dann im Hauptkanal kennt, das kenne ich ja schon seit Jahren. Ich gucke aber trotzdem gleich mal nach, wie oft ich jetzt mittlerweile schon insgesamt gesucht wurde. Aber wir gucken mal, wie oft, fordere mich heraus, jetzt mittlerweile auch SkorpionPlays am Start war. Oder ob es überhaupt am Start war. So, okay Leute, auf geht's. Nein, danke. Okay, gucken wir doch mal nach. Okay, ist deine Figur weiblich? Nein. Ist deine Figur älter als 30? Nein. Ja, dann kommt natürlich wieder die allseits bekannte YouTube-Frage, die immer kommt. Ja, Minecraft, nein. Obwohl, scheiße, SkorpionPlays hat schon mal Minecraft gespielt. Hat deine Figur ein Musikvideo auf YouTube? Ja, auch SkorpionPlays hat schon ein Musikvideo, falls ihr es nicht wusstet. Also es ist zwar kein Musikvideo, aber es ist ein Track, auch von SkorpionPlays gerappt. Ne, es gibt sogar ein Video. Ja, doch. Hat deine Figur ein Tattoo? Nein. Hat deine Figur über eine Million Abonnenten? Nein. Ist deine Figur Ausländer? Nein. Ist deine Figur nicht Musik bekannt geworden? Auf gar keinen Fall. Ist deine Figur dick? Eher nicht, würde ich sagen. Ist deine Figur ein Gamer? Ja. Ja. Hat deine Figur schon mal FIFA 17 gespielt? Oh ja, gute Richtung, gute Richtung. Ist deine Figur in einem Duo aktiv? Ne, würde ich nicht sagen. Hat deine Figur einen Zweitkanal? Ja. Hat deine Figur einen Künstlernamen, der etwas mit Essen zu tun hat? Ne. Macht deine Figur Call of Duty Videos? Ja. Hat deine Figur eine lange spitze Nase? Ich hasse es, wenn dieser Moment kommt. Es hat sich nichts geändert. Ja. Hat deine Figur einen Frühlinggeburtstag? Nein. Hat deine Figur einen Sommergeburtstag? Nein. Hat deine Figur einen Januargeburtstag? Nein. Ist deine Figur Linkshänder? Nein. Hat deine Figur ein Gehirn? Boah, das ist eine gute Frage. Ja, doch, ich glaube schon. Hat deine Figur Hände? Oh ja, auf jeden Fall. Kann deine Figur reden? Oh, kommt drauf an. Verdient deine Figur viel Geld? Ich weiß es nicht. Lädt deine Figur in einem Dorf? Digga, nein. Hat deine Figur einen Hund? Du warst doch schon bei der langen spitzen Nase. Was willst du denn da jetzt noch prüfen? Amalakäudum. Hat deine Figur etwas mit Call of Duty zu tun? Ja. Hat deine Figur einen Schnurrbart? Kann man eigentlich so nennen. Hat deine Figur dunkle Augen? Ja. Und es ist Haptic Rush. Ganz genau. So sieht es nämlich aus. Nein. Alter. Hat der Name deiner Figur etwas mit einem Tier zu tun? Ja. Hat deine Figur am 1. Oktober Geburtstag? Nein. Mag deine Figur frische Luft? Nein. Hat deine Figur einen großen Penis? Habe ich schon gehört, ja. Geht deine Figur zur Schule? Nö. Es ist ein Typ, der immer zockt. Ein kluger Typ, der zufällig antwortet. Nein, es stimmt nicht. Fortfahren. Alter, willst du mich verarschen? Ist die Lieblingsfarbe deiner Figur grün? Nein. Hat deine Figur Kinder? Nicht, dass ich wüsste. Ist deine Figur blond? Nein. Trägt deine Figur Handschuhe? Nein. Hat deine Figur etwas mit GTA 5 Let's Play zu tun? Nein. Ihr wart doch schon nah dran. Ach, Marcel Scorpion. Jetzt ist natürlich die Frage. Eigentlich suchen wir ja Scorpion Plays. Aber wir machen mal kurz ja. Gucken mal, wie oft das schon gespielt wurde. Okay, die Figur wurde schon 66.000 Mal gespielt. Auf jeden Fall heftig. Aber ich würde jetzt Scorpion Plays suchen. So, durch YouTube bekannt? Ja. Ein Gamer? Ja. Minecraft Freedom? Nein. Minecraft Dragon? Nein. Minecraft Videos? Nein. Und da musst du aber richtig überlegen. Gerade der Kollege Akinator. Hat deine Figur bei einem Millionen Abos? Nein. GTA 5? Nein. Nein. Schwung auf FIFA 17? Ja. Duo? Nein. Tattoos? Nein. Freundin? Ja. Ja. Blonde Freundin? Super Mario Maker? Nö. Nein. Auch kein Österreich? Call of Duty? Sehr gut. Spitze Nase? Auch sehr gut. Handschuhe? Nein. Karriere beendet? Nein. Figur Blond? Nein. Call of Duty? Ja. Und es ist... Nein, es ist nicht Marcel Scorpion. Wir suchen Scorpion Plays. Fortfahren. Englischer Verein? Nö. Über 200k? Ja. Ja. Cape oder Mütze? Schnurrbart? Ja, machen wir einfach mal. Ja, wir schnurrbart. Türkische Herkunft? Nein. Da wäre Haptic wieder am Start. Zweitkanal? Ja. Es ist Scorpion Place. Hey, let's go. Das funktioniert. Okay, da hat sich jetzt gelohnt, das Video anzuschauen. Gucken, wie oft Scorpion Place schon gespielt wurde. 365 Mal, okay. Das ist ja easy. Nochmal. Okay, Leute. Ich habe jetzt Lust, den Ehrenbruder zu suchen. Also Kylo. Also Montes Hund. Ist der eine Figur weiblich? Nö. Minecraft glaube ich nicht bei Kylo. YouTube auf jeden Fall. Feste Freundin? Ah, der Kylo hat glaube ich keine feste Freundin. Tattoo, eher der Besitzer. Ein Handy wird Kylo auch nicht haben. Und Concrafter gehört er sicherlich auch nicht. Ein Tier ist richtig. Bellen auch. Schwarzes Fell. Mit Paluten befreundet? Nein. Deutschland, ja. Weiblich, nein. Hat der Name deiner Figur vier Buchstaben? Ja. Krass. Schwarzes Fell. Mehrere Haarfarben? Nein. Mädchen? Nein. Figur weiß? Nein. Österreich? Nein. Groß? Nein. Es ist... Na? Kylo. Alter, wie geil ist das denn? Richtig. Alter, wie lustig ist das eigentlich? Was dieser Akinator alles kennt, ne? Echt nicht mehr normal. Krank, ey. Ich glaube, jetzt suche ich mal den Hund von... Dagi. Sula. Und zwar Sula habe ich auch schon kennengelernt. Dieser Hund ist so süß, Leute. Ich bin eigentlich gar nicht so einer, der so bei süßen Tieren richtig durchdreht. Aber das ist so ein süßes Tier. So leicht, man. Dieser Hund, den kannst du... Der wiegt nichts, dieser Hund. Das ist unglaublich. YouTube-Channel? Nein. Kein Mensch. Fell, ja. Hund auch. Haustier eines YouTubers, ja, guck mal wie schnell es jetzt geht. Schwarzes Fell, ja. Concrafter? Nein. Paluten befreundet? Nein. Männlich? Nein. Es wird jetzt so safe, sofort funktionieren. Instagram-Account, ja. Und zwar viel mehr Follower als ich. Es ist jetzt hundertprozentig schon klar. Sula de Pom. Komplett richtig. Das ist richtig. Gucken, wie oft Sula schon gespielt wurde. 70.000 Mal mehr als ich. Sie hat mehr Follower als ich bei Insta. Wurde bei Akinator mehr gespielt. Alles klar. Alles klar. Wir müssen so detaillierte Sachen suchen. Ich guck mal, was so bei, ob wir Team Impact finden. Oh mein Gott, das wär krass. Also ob wir das Impact als Team, also quasi das hier, ob wir das irgendwo finden können. Das wär auch zu heftig, Leute. Ja, das ist geil, Mann. Männerkleidung? Jetzt ist die Frage, ist es eine Figur? Eigentlich nicht, ne? Aber ja, eher Männerkleidung, ja. Minecraft-Videos? Nein. YouTube? Ja. Musikvideo? Nein. Feste Freundin? Nein. Gamer? Ja. GTA? Nein. Brille? Nein. FIFA 17? Nein. Ich glaub, das geht nicht, oder? Deutschland geboren? Ja, quasi schon. Nein. Call of Duty? Ja. Über eine Million? Nein. Ich weiß nicht bei Blond. Ja, Gesicht sieht man. Älter als 18 sind die meisten. Oh ja, über andere lustig machen, safe. Cap oder Mütze? Ich weiß nicht. Über eine Million? Nein. Wir sind ja Team Impact. Über 200k? Nein. Zur Schule? Nein, auf gar keinen Fall. Ja. Berlin ist richtig. Kinder? Nein. Call of Duty? Ja. Ja, Berlin? Ja. Bei Mama? Nein. Kriegt denn die Figur ein Bart? Weiß ich auch nicht. Videospiele? Ja. Über 20? Kann man nicht beantworten. Ich mache wahrscheinlich. Und es ist... The Equa. Definitiv nicht. Nein. Auf keinen Fall. Fortfahren? Ja, komm schon. The Call of Duty? Ja, auf jeden. Blondes Haar? Kommt drauf an. AIMBROAD schon. Okay, ich glaube Impact finden wir nicht. Machen wir mal Blondes Haar einfach. Ja. Volljährig? Ja. Lustige Videos? Ja. Peep Berlin? Ja. Kinder? Nein. Ja. Zu einer Gruppe. Ja, quasi schon. Ja. YouTube-Kanal? Couple? Ja, auch. Jetzt kommt eh Marcel Skorpion. Es kommt jetzt eh Marcel Skorpion. Und dafür gucke ich mir jetzt ein Video an. Dafür gucke ich mir jetzt ein Video an. Ja, schön Glücksspiel. Ja, Digga. Lass uns alle süchtig werden. Ja. Oh. Vier sind richtig. Let's go. Kann ich hier mitspielen? Mega Win. 1.2... Ne, 1,2 Millionen. Ja, einfach mal ihrs Millionär durch diese App hier. Kauft sie euch alle, Leute. Super duper Cherry. Alter, Lass. Ne. Es ist Apokalypto Royal. Das waren noch Zeiten, aber das ist er auch nicht. Wir suchen Impact und nicht Apokalypto. Ich glaube Impact finden wir nicht, Leute. Ich glaube das finden wir nicht. Okay, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann ist gerne ein Like dafür da. Würde ich mich darüber freuen. Checkt auf jeden Fall die Fortnite-Videos ab. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr mehr Mobile Games sehen wollt. Das war das letzte Video der Google Play Kampagne. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.